Das Topspiel des fünften Spieltags steigt sicherlich in der Wacker-Arena, wo der vorjahres Dritte Burghausen vor knapp 1000 Zuschauern den aktuellen Tabellenführer Unterhaching empfängt. Die Hausern in Weiß zeigten unter der Woche eine starke Vorstellung in Aschaffenburg und wollen nun die ersten Flecken auf der bis dato blütenweißen Weste der Truppe von Sandro Wagner hinterlassen. Der Auftakt, wie erwartet, intensiv und kampfbetont, deshalb viele Freistöße und ein solcher leitet das 1 zu 0 in der 7-Minute ein. Klasse gespielt von den Hausern über Felix Bachschmidt und Abubakar Sissé kommt die Kugel zu Andrea Bosniak und der steht da, wo ein Mittelstürmer stehen sollte, Burghausen also früh in Führung. Hachin durchaus beeindruckt und nun mit Fehlern im Aufbau. Einen solchen hätte Sissé fast zum zweiten Treffer genutzt, der Pfosten steht allerdings im Weg. Eine Zeitung dreht später versucht es Johann Guno Diallo aus der Distanz. Der Tavernführer in dieser Phase durchaus in Nöten. Und die Sorgen vermehrten sich in der 21. Minute exponentiell. Denn nach diesem Foul an Sissé schickt Schiri Lothar Ostheimer Viktor Zentrich mit der zweiten gelben trotz vehementer Hachinger Proteste frühzeitig unter die Dusche. Zudem sitzt dann auch noch der folgende Freistoß von Dennis Ade. Die Münchner vorstellt also nur noch zu zehnt und 0 zu 2 hinten. Doch ein Standard. In der 28. Minute bringt sie wieder auf den Plan. Manuel Stiefler köpft eine Ecke zum Anschlusstreffer in die Maschen. Sehr munteres Spielchen hier an der Salzzeit. In der 34. Minute hätten die Gäste dann sehr gerne einen Elfmeter gehabt nach der Aktion von Jannik Scholz gegen Matthias Vetsch. Ostheimer entschied nach Blickkontakt mit seinem Assistenten aber nur auf Ecke. Wenig später regte sich Wagner nach einem vermeintlichen Handspielungsstrafraum so auf, dass er gelb sei. Die Spielvereinigung insgesamt aber jetzt mit zehn Mann deutlich bissiger als vorher mit elf. Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Szene aber dann wieder den Hausherrn Sissé in der 47. Minute mit einem, wie man in Österreich sagen würde, Sitzer. Er verpasst es aber, den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herzustellen. Überhaupt hatte Burghausen das Geschehen nun deutlich besser im Griff. Von Haching kaum noch Gegenwehr. Der eingewechselte Thomas Winkelbauer hätte in der 65. Minute schon das 3 zu 1 machen können, scheitert aber an Rene Voll. Fünf Minuten später war es soweit. Jede Menge Platz bei einem Wacker-Konter. Giajo wird perfekt freigespielt und spitzelt das Leder dann über die Linie zur Vorentscheidung. Denn den Gästen fehlten am Ende einer englischen Woche und der langen Unterzahl nun einfach die Körner. Letzte Offensivszene war dieser Kopfball von Fetsch, der aber auch sein Ziel verfehlte. Burghausen spielte in der Schlussphase einige Kontergelegenheiten unzureichend aus, aber es reicht am Ende locker, auch so. Ich hätte gerne das Spiel so gehabt, also über 19 Minuten 11 gegen 11. Das hat uns mental vielleicht ein bisschen, ja, ich würde sagen, dass wir sind ein bisschen auf die Bremse gegangen. Aber mentalitätmäßig sind wir wieder da in die Zweiten und resultatmäßig zufrieden, mentalitätmäßig zufrieden. Fußballerisch gibt es schon Luft nach oben. Es waren viele Dinge, die heute nicht wirklich für uns gesprochen haben. Ich sage jetzt mal, gut, die ersten 15 Minuten haben es uns vielleicht auch selber schwer gemacht. Da waren wir nicht präzise genug. Und dann sind wir ein Stück weit aus dem Spiel genommen worden. Der Platzverweis, wo wir bis jetzt noch nicht genau wissen, für was die erste gelbe Karte gegeben wurde. Dann die Verletzung von Marco Schwabel. Und ja, ein Unterzahl ist natürlich immer schwierig. Aber kein Vorwurf an die Mannschaft großartig. Die haben gefeitet ohne Ende. Bis zum Schluss alles gegebener, sich nie hängen lassen. Und dann ist es halt so, wie es ist. Dann verlieren wir halt jetzt nicht mehr das Spiel. Aber wir gehen unseren Weg weiter. Und da sind wir auch sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wacker-Burghausen feiert also diese Woche den zweiten Sieg in Serie und bringt gleichzeitig der Spielvereinigung Unterhaching die erste Pleite bei. Damit ist kein Team in der Regionalliga mehr umgeschlagen. Wacker-Burghausen Wacker-Burghausen